oh shit lauf um euer leben einer dürfte close sein drei lang ja ich mich da durch die smoke out moved habe das war das war doch krank das war nur 100% verstand gar kein glück ich habe nicht die ganze zeit in der smoke gehofft hoffentlich sieht mich keiner hoffentlich sieht mich keiner ich glaube die haben eco kein kevlar achtung construction content ja construction aber ct kann auch schon mal sein wir haben eine ab und eine ak ja ct einer close ich habe ct noch in der kurs ja da ist construction links drin ja 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 ja